Leute, willkommen zu meinem neues Video. Heute mache ich mal wieder ein Video. Ich habe heute bis bei Kumbel wieder Black Ops gemacht. Das war das letzte Video sein, aber jetzt versprochen noch nicht, weil es vor dem Freitag kommt, weil sonst kommt immer eins nach Freitag. Und heute machen wir mal diese Fortnite-Fekte mit 5 Stück, was ich heute erst noch gekauft habe. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe schon meine Notenladung drauf. Hier unten ist auch ein Läfter, hier unten. Und das würde mich freuen, wenn ihr abonniert. In den Kommentaren schreibt Fortnite und ein Daumen nach oben lässt. Das würde mich sehr freuen, danke. So, Pack Nummer 1, Fortnite. So sieht die rückseite aus. So sieht also ein Pack aus. So von der Seite. Kann man ja hinten so aufhalten. Wenn man 5 Packs kauft, kostet das insgesamt 10 Euro. Ist aber schwierig, so aufzumachen. So ist es auch gelöse. Oh mein Gott. Komm schon, Google. Oh mein Gott. Direkt schon doppelt. Den habe ich mir zeigen, dass ich hier erst. Oder zum Milch. So, da haben wir einmal den hier. Den habe ich schon doppelt. Kann ich wieder meinen Freund schenken. Dann die hier. Die habe ich auch doppelt. Wie viel habe ich denn hier doppelt. Das ist dumm. Dann haben wir einmal hier in den Ladespiel. Einmal den Ladespiel. Den habe ich glaube ich auch doppelt. Den habe ich auch doppelt. Wie viel habe ich denn hier doppelt. Und dann habe ich den hier. Der war geil auch. So, zweites Tag. So, da haben wir einmal den hier. Ich werde jetzt auch nicht die Namen sagen, weil du kannst die nicht ausdrücken. Und dann habe ich den hier. Weil das ist im Film. Dann einmal die Waffe hier. Dann den habe ich auch doppelt. Den habe ich auch doppelt. Den habe ich glaube ich auch doppelt. Aber was ist, wenn ich, ich hab so viel noch nie in Fortnite, so viel gez...selt mehr gezogen. Ich hab das Wort gesagt, aber weiß nicht mehr. Doppelte gezogen, meinte ich. Doppelte. Alter, aber das ist auch wieder einmal. Nein, hab ich auch doppelte. Wie viel Zinsche? Doppel! Ist das denn erst, oder? Doppelte. Den hab ich, glaub ich, auch doppelt. Wie das nicht? Das ist ja nicht doppelt. Also da hab ich schon, aber... Da steht hier 99 hinten drauf und hier ist 97. Doppelt. Das ist grad noch ein Stapel. Und ich hab so viel Doppel. So viel hab ich noch nicht gezogen. Oh mein... Hey. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt zum Schluss! da kommt zum Schluss und jetzt kommt der Gute Legende Alter Junge Ich hab aber noch keinen epischen in dieser Packs und auch den ich schon hab ganz schöner Stapel von Letzte Pack Bitte eine Holokarte Ich bitte dass eine Holokarte drin ist Letztes Pack von Fortnite Okay, ich hab schon was gesehen Ich guck jetzt noch nicht hin aber eins hab ich schon gesehen Hetz Doppelt Hetz Doppelt Hetz Doppelt Doppelt Oh, die jetzt hab ich die hier mit die Maske die die komische die Okay Acht Minuten So, das war ein Stapel Jetzt zeig ich nochmal durch und dann finden die ausführlich gezogen haben wir haben nicht gezogen ich zeig jetzt nur von vorne das 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 schreibe in den Kommentaren mal Schreibe Ich würde mich jetzt holen. Ich werde übrigens die Texte zuerst machen. Zwei Waffen habe ich gezogen. Drei sogar. So, das waren die ganzen Karten, die ich gezogen habe. So, jetzt müsst ihr euch gedulden, leider. Bis nach Freitag geht er. Und dann mache ich wieder ein neues Video. Und ja, ich sortiere die jetzt hier noch in meinen Hefte ein hier. Und dann, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Oder so. Ja, dann, goodbye.